Musik Originelles im Das Windoboner am Wiener Wallensteinplatz unter neuer Leitung. Es ist wahnsinnig viel hier passiert im Windoboner. Es gab eine komplette Runderneuerung. Das Restaurant wurde ausgeweidet und wir haben aber nur von wegen dem Programm, muss ich kurz sagen, wir haben alles mögliche, Diversity von Zaubern über Kindershows, über Musicals, über Burlesque, über, was haben wir noch? Alles, alles. An diesem Abend brillierten Angelika Kirchschlager und Sona McDonald mit Broadway-Songs, Musical-Darsteller Leon de Graaf und Ottmar Binder mit Band. Ich habe mein ganzes Leben lang Musicals verfolgt und mir angesehen und einen Teil davon möchte ich hier umsetzen. Tell me, how old are you, Vera? The truth. How old do you think? I'd say somewhere between 40 and death. Was hat denn die Angelika Kirchschlager, was sie nicht haben? Es sind so viele Dinge, die mir einfallen. Es sind ihre unglaubliche große Stimme und ihr großes Herz. Wir haben so viel schon geweint miteinander vor Glück über die letzten zehn Jahre oder unsere Kinder sind ja gemeinsam aufgewachsen. Zure Kinder sind die besten Freunde, die sind jetzt 25. Wir sind so verbunden. Also ich bewundere die Sona unglaublich, wenn sie auf der Bühne steht, sie vergisst alles. Du bist so pur. Ja, ich will immer, ich gehe immer in diese Gefühle rein. Ja, du bist ein Bühnenfeest. Bin ich manchmal nachher ganz verwirrt. Ha, ha, ha!